Von all seinen Töchtern machte mich Shao Kahn zur Tödlichsten. Er holte mich aus der Gosse, band mich an den Blutkodex, zwang mich um Anerkennung zu kämpfen. Vielleicht wird er mich loben, wenn ich den Blutkodex an den Sand der Zeit binde. Jetzt als Blutgöttin verlange ich mehr als Shao Khans Anerkennung. Ich verlange Verehrung. Ich will Tempel, Pfarrer, Messdiener, Gebete und Opfergaben. Blut vergießen in meinem Namen, um Ketzer zu säubern, die es wagen, mich abzulehnen. Wie stolz Shao Kahn jetzt ist. Wie stolz. Und wie fügsam. Nur eins ist besser als die Anerkennung meines Meisters, ihn zu zwingen, um meine zu betteln. Alle werden mich verehren. Sonst fließt Blut. Wie stolz. Wie stolz. Wie stolz.